Schön. Hey Kampfi! Willst du dich nochmal? Du kannst mich ruhig erlösen. Kampfi, es tut mir leid. Ein bisschen. Jetzt wird sie noch rechnen. Damit können wir leben, glaube ich. Danke. Oh, schön. Ich denke hier noch. Ich hab grad schlecht. Mit der Kilo muss ich den Arm schreien. Das Ding kann wahrscheinlich nicht so weit. Nee. 4, das ist doch scheißig. Oh. Gib mir mal ein paar Schüsse. Dankeschön. Ja, ich hab ja nur 140 Stück davon. Ja, du, das kann man da mal machen. Was hab ich denn hier noch? Ja, du hast ja so viele, ne? Hat der Marmel. Ach komm, wir benutzen ihn jetzt einmal. Ich glaub zwar nicht, dass ich mal einen treffe, aber ich komm weiter vor. Ja, vorne ist Geri. Geri! Ich glaub, das reicht nicht ganz, oder? Nee. Nicht ganz. Hat ein Glück gehabt. Doch, guck. Reicht doch für dich. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, aber ich glaub, ich bin als nächstes. Ah, du plassst nicht mal einen Typ im Kopf. Ach du krass da drin. Das ist gut. Das ist ein geil Spiel. Ach, wie geil hab ich dabei. Wie geil das aussieht. Ah, was? Alter. Von allen drei, glaub ich nicht. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh Gott. Könnte man nicht so zifferlich sein, Mensch. Was macht ihr das? Ja. Fuck. Ja, und ja. Hey. Und eine Eins von drei. Oh Gott. Oh Gott. Hui. Du Arschloch. Ah. Tötet ihn. Nein. 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 Komm jetzt. Komm dann. Was willst du? What? Bro. Nein, nein. Das gibt's nicht. Bleibt aber. Die Schneebilde sind noch kleiner, ne? Ja, am Anfang werden die kleiner. Nein. Wow. Ja. Hey, so eine Scheiße. Hä? Ich hänge. Ich hänge. Ich lebe. Ich lebe. Scheiße. Was? Er lebt es. Ach, cool. Ach, wenn ich es ritter hab. Das war cool. Das können wir einfach die ganze Zeit spielen. Tja, nein. Da haben wir am meisten... Warum bist du als erster, Kami? Ich hab gewonnen. Du musst ja eigentlich nochmal die Kiste hier. Wo war denn die... Da sind die Schlüssel auch nicht schlecht. Links. Links. Folge dem gelben... Geh mal nach links. Folge dem gelben... Da ist so Licht. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Links, links. Nach oben. 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 Ach da. Ach da. Ach da. Du bist ja echt nah dran. Das ist nah dran. Wenn du was gutes würfelst, dann kann ich das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Wie ein Item das... Ne, das ist dann natürlich nicht. Wer denn? Geri. Yay. Jetzt kann ich mal. Du bist eine polnische Hure. Das ist unglaublich. Ich geh nach unten. Äh... Ignore. Scheiße. Ich hab da schon einen Graal. Ja. So, kann der Ding jetzt einfach mal vor meine Nase oder so? Oh, nicht ganz, ne? Gibt Schlimmeres, aber... Chris? Äh... Ich glaube eben. Machst du mal die Tür... Die... Die Tür auf? Was? Warum hab ich nicht... Er ist disconnected from the game. Warum? Warum? Geri, was da los? Ja, das sollte eigentlich gehen, ne? Der Stand, ich kann irgendeinen safe loaden. Yo. Vom... Vom Mainmenü... Warte mal, ich will jetzt hier außen... Offen... Äh... Wie komm ich denn außen... Okay, ich hab jetzt mein... Mein Menü offen. Ja. Ich hab Pause gedrückt und jetzt hab ich unten leave und quit. Was davon... Wow! Aber du müsstest eigentlich wieder einen joinen können. Äh... Ja, der Stand, ich... Äh... Kann... Ich kann ihn von... Ich kann save load vom... Äh... Äh... Was? Ich kann... Also ein save von dem Spiel gerade im Mainmenü loaden. Weil Gary disconnected ist. Jetzt ist die Frage, ob wir dafür quasi nochmal raus müssen. Das denk ich nämlich. Ähm... You can only create a new... Ich könnt euch zugucken. Geil! Leute, ich hab gegoogelt. Ja. You can only create a new game and click load save and then you can continue the game with... That meinte ich nämlich. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Dann mein ich jetzt mal quit. Oh, ich hab das ganze Spiel zugemacht davon natürlich. Ich hoffe, das ist jetzt gut. Erstmal mit Fechheit, sonst haben wir ein Problem. Das ist natürlich ungünstig. Das ist halt, wenn du die zwei Optionen leave und quit nennst. Okay, online. Create game. Create. Äh... Jetzt weiß ich nicht, wo ich hier irgendwie ein save auswählen sollte. Da, load safe. Ah, okay. Winterglow, that is it. Winterglow. Winterglow. Ja, das sind immer diese Leute, ne, die nix können im Spiel und dann als letzter enden und dann einfach Raid quitten. Juhu! Immer dieses toxische Verhalten hier. Da steht ja Ready. Achso. Äh, ja. Joint Slut. Joint Slut. Oh, das find ich aber auch gut. Ready. Wow. You look gay. Gravi, du bist ready. die... Gravi, möchte ihr Ruhertago sehen? Ja. Start game. Yay! Loading Players, 0 von 4. Ach gut. Juhu! Ah, du hast die Kiste noch nicht. Ich hoffe, du würfelst jetzt keine sieben. Warum stehe ich da? Oh. Hä? Boing. Hä? Oh, nee. Äh, wir müssen glaube ich nochmal beenden. Wir sind nicht denselben Slots wie vorher. Nee? Ja, dann ist das jetzt einfach ne ungemäßige Fügung, würde ich sagen. Open. Juhu! Das war Gott... Gottes Wille. Ja, irgendwie schon. Okay. Oh, ich hab ne Rakete. Fleischwurst. Ja, ich konnte meinen Namen nicht wieder ändern. Fleischwurst. Ist da... Ist da irgendwer im Weg? Nee. Wo seid ihr denn alle? Ähm... Doch, da unten steht der weiße Panda. Ja, den krieg ich aber nicht. Da, wo ich ja grad eben glaube ich noch stand. Oh, wow. Naja. Ich hab schon schlechtere Sachen gezogen. Nimm die Rakete und fein ihn am Arsch oder so. Fein in den Arsch. Ja. Der wirklich. Er ist im Mops und dann den Arzt. Das war der falsche. Ja. Okay. Ich bin gekommen, like a wrecking ball. Alter, du bist weiter zurück. Ja! Oh ne. Juhu! Bestes Spiel der Bauer. Oh, ich bin jetzt unten. Cool. Ja, weil wir die Slots getauscht haben. Äh, äh... Oh Gott. Leute, ich kann... Oh! Ja! Fuck! Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Ah. Das kann's gewesen sein. Ja! Das kann's gewesen sein. Ja! Genie den Huber. Nein, 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 nein! Hm... Mist. Weil ich dann auch an der Clipping bin ich nicht als erster runtergefallen. Und abdorf hier noch Punkte bekommen. Nein, 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 nein! Neneinen, neineinen, nein, nein! Ohne Löch, ohne Löch! Bleib oben, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bis einer weint. Oh, dass einer weint. Oh. Tschüss. Das war zu sehen. Belastend. Zweiter. Das Pink Gay Chicken hat gewonnen. Pink Gay Chicken. Gay Pink King. Pink King. Ah, schade. Ich hab so ein bisschen Gedankenkotze drin. Schön. Was? Welch bin ich? Gesundheit oder Schlüssel? Gesundheit oder Schlüssel? 4 HP. Ach du Scheiße. Ja gut. Ich hab überlegt, ob ich's sage, bevor du ausgehst. Ich dachte mir, nee. Nee. Die Chance besteht, dass es verkalkt. Herrschloch. Flut war das? Achso, du bist Kaktus. Puff. Jetzt läuft der so geil. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ist das жona't scary, oder? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Bei mir steht jetzt unten rechts die ganze Zeit, Cary möchte die Übertragung sehen. Ich will Geria aber nicht mal die Übertragung zeigen. Was? Warum denn nicht? Ist geheim. Okay. Was? Ach du kacke. Explosion abwarten. Ach so. Warte mal. Können wir das irgendwie... Du... Ah, okay. Okay, okay. Ja. Okay, sehr gut. Bin zu doof für das Spiel. Oh Gott, alle konzentriert. Ah! Ah, nein! Oh nein! Diese eine Runde hat alle gestorben. Juhu! Ich war beim Kopf so... Ja, links, rechts, unten, links. Und dann hat's aufgehört, dann war ich so... Wat? Ich war gerade bei unten, unten. Was kam aber als erstes? Festplatte instant gelöscht. Ja, ich hab dann so, okay, das ist easy zu merken. Und dann in dem Moment, wo ich was machen muss, hat mein Körper komplett ausgesetzt. Ich war so, oh ja, das sind schöne Pfeile. Und dann... Das sind sehr schöne Pfeile. Nein. Aber was bedeuten sie nochmal? Ja. Kavi? Verdient. Hast du verdient. Wäre eine Schande, wenn nochmal jemand disconnecten würde. Ja, äh... Ich glaube, ich muss mal kurz am Netzwerkkabel rum... Oh nein, meine Katze ist am Internetkabel. Ja. Aber auch einfach so richtig schlecht. Du kackst dir einen USB-Stick. Einfach so richtig schlecht mit... Was sind das denn für Vergleiche? Oh, Empfang ist ganz schlecht, Leute. Ich bin im Tunnel. Kann sein, dass ich disconnecte. Leute... Der Empfang ist ganz schlecht. Gary... Gary... Gary, fährst du durch einen Tunnel? Mit meinem Schreibtisch, genau. Mit meinem was? Mit meinem Schreibtisch fahr ich durch den Tunnel. Ja, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Mein Gary fährt im Zimmer mit dem Schreibtisch. Ja. Dann komm ich jetzt mal wieder raus aus der Kirche hier. Was? Aus der Kirche. Aus der Kirche? Aus der Kirche? Aus der Kirche. Aus der Kirche. Aus der Kirche. Das ist ja einfach übel weit weg. Ja. Das Schöne ist, du kannst jemand ein Portal auf mich anwenden. Äh... Aber er hat eins. Ja, er hat eins. Bring ich ihm herzlich wenig. Bei dir ja, aber bei den anderen? Na, die anderen sind alle nicht in der Nähe. Gary steht ja zwei Felder hinter der Kiste. Ah, ja. Nein, jetzt mach ich ihn dabei. Ich benutze das Ding jetzt einfach auch mal. Ich mein, vorsichtig ist besser als hinterher gucken, ne? Achso, ich muss auch nur drücken. Das sind schon wieder so Vergleiche hier, wie... Wow, wow. Vorsichtig ist besser als hinterher gucken. Oh nein, ich dachte eigentlich... Ja, das wird doch... Das ist doch... Ah, das wird gut. Wieso bin ich denn nicht oben? Was für'n Scheiß! Ja, mein... Oh fuck, oh fuck, oh fucking fucking hell. Du bist so ein... Du bist so ein Nazi, Alter! Du bist so ein Nazi! Hi. Du Penner! Ich könnte ja nur ins Gesicht sprungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist eins der witzigste Spiele, finde ich. Hey! Wie hab ich das denn gemacht? Hä? 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 Achso, zweite Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Oh! Das ist ein Problem. Nein, verdammts! Danke schön! Oh, das ist jetzt belastend. Das ist jetzt belastend. Ja, sehr. Oh, das ist jetzt belastend. Alter! Oh, das hat gereicht! 2.34, Alter! Gute Sache! Guck! Avocado, ey! Gay Chicken! Ubergine, nicht Avocado! Da hör mal den Kaffee so leise lachen! Guck! So, welches Mercier ist noch heute? Bist du auch so ein, ne? Bist du auch so ein, ne? Ich könnte ja so, ich könnte... Mercier! Oh, hallo Krawi! Ja, hallo! Oh, hi! Was ist das? Edelrahm! Was? Eiderfinde Herr! Mercier! Gibt es eigentlich noch Rahmschnitzel-LP? Das ist eine gute Frage! Nee! Das... Ich glaube schon! Ich würde fast sagen, ja! Ah, du bist so ein... Schade, wenn man zu kurz... Ich gehe erstmal nach rechts raus zu YouTube. Ein, zwei, drei, vier... Frag dir mal für Kooperationen an! Direkt! Mach eine runde Pummel-Party mit dem Rahmen! Der macht sogar noch Let's Plays! Der hat vor 9 Stunden Day of Billions hochgeladen! Wie viele Views macht der? 12? Der ja Billions von vor 9 Stunden hat 304 Aufrufe! Und sonst so? Boi! Ein, zwei, drei... Wie viele Aufrufe? Videos! Sherlock Holmes am Start! Ja! Ja, 167, 473, 575... Von wie vielen Abos? 100... 41.000! Ja, gut! Das ist ja Gravien-Niveau! Ja, das ist nicht wie die Abos hat! Das hab ich geschafft! Was aber auffällt ist, bei seinem Day of Billions LP... Ähm... Dass die Aufrufzahlen zurückgehen! Och nein! Folge 110! Hat 544 Aufrufe! Die nächste nur noch 523! Folge 110! Hm? Ach du Scheiße! Hä? Geil! Nur noch mehr! Ja, nice! Oh! Nope! Äh... Lass mich in Ruhe, Mann! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nope! Ah, nein! Ah, hier! Bitteschön! Tschüss! Oh, das ist jetzt natürlich ein sogenanntes Problem hier! Äußerst belastend! Nee! Nein! Du Arschloch! Was?! Ich hatte gehofft noch einen von euch mitzunehmen! Da kommt der IS-Kämpfer in ihm raus! Nein! Hey! Ja? Der Bruder meiner Ex-Freundin meinte mal, auf meinem Pass wurde sich aus wie ein Terrorist... ist doch grad gestartet durch den IS-Kämpfer! Nein! Oh, was?! Jani, ich hab ein Geschenk für dich! Ich auch! Alter! Jani! Nein! Was? Was?! Wie mies, Alter! Wie mies! Ja, Krabi steht die ganze Zeit da oben! Ja, ne? Du bist so ein Wichser! Das ist unglaublich! Ja! Ja, weil der für so ein komisch vom Aussterben bedrohtes Tier spielt, ey! Ich hoffe, die roten euch weg! Mann, Geri, man möchte meine Übertragung an sich! Ja! Sieh sie dir doch an! Nein, du, wenn sie ja meine sind! Ich will sie dir aber nicht zeigen! Oh, Krabi! Du musst da oben! Ja! Ja! Ja, du ist... Ich find, Krabi soll da einfach mal aufs Maul fliegen! Ja! Du kriegst jetzt mit der Rakete in der Arsch, ey! Okay, äh, wo wohnt Krabi nochmal? Das weiß noch keiner! Aber wo du wohnst, das wissen wir! Das weiß jeder! Wichtig! Ja, willkommen auf dem Video vorbei! Okay! Ich glaub, ich hab nur noch eins! Oder zwei! Das teilen wir uns! Ich gehst nicht zuerst, oder nicht? Nein! Ich dachte immer, das ist die Rakete! Nee, das bringt doch nichts! Ganz ehrlich! Ich hab mir aber besser kleine Stachel in den Po! Da kommt der Große! Uh, Krabi gleich ist hier oben! Ja, wenn dann, ne? Also... Oh, ne? Nochmal Rune? Nein! Ne? Ja, das ist doof! Ja, geh mal einer links! Ja, ich muss! Oder nach vorne! Oh, Mann! Klatsch! Wreckt! Ersatzpanda! Ersatzpanda! Außen 3D, Luca! Boink! Käm ihn like a Wreck uniquem Wolf! Nananananal halt in love! Nayananana.. Hint lang! Des Maldie Seiris! Ja... Wie ist denn die Lorge hier? Dahinten müssen wir wehren! Boah, da ist es aber! Oh, Jani hat was vor. Ja, wenn Jani will. Mach keinen Scheiß. Das reicht nicht. Das ist das Problem. Das reicht. Meinst du nicht? Ich glaube schon. Ich meine, du könntest es auch mit mir wechseln. Dann mache ich lieber das hier. T.O. Praktik. Ach, du Scheiße. Du bist so blöd. Ui. Ui. Alter. Ah, das war knapp. Hab ich Glück gehabt. Hab ich Glück gehabt. So ein großer Folge bei Junge. Ja, Junge. Au. Warte, hab ich schon Glück gehabt. Ja, Gary, dir wollte ich aber auch nichts tun. Du hast so wenigstens Leben. Ja, natürlich. Fitts auf einmal, ne? Ich bin so kurz vor der Kiste. Da hau ich nochmal einen Kaktus raus. Ja, und vor allen Dingen hast du ihn jetzt. Gary, du hast doch einen Wrecking Ball. Was will ich jetzt nicht? Ich habe doch einen Wrecking Ball. Alter. Punktlandung. Ja. Hab ich mich verzählt eben. Schade. Ja, noch drei Runden. Hast du eigentlich noch keinen Pokal? Polkai. Nee, weil ich mich, dass du mir die Pokalen komplett aufgegeben hast. Was? Also ich wollte gerade sagen. Nur aufs Sabotieren. Ja. Aber das macht schon seit der zweiten Runde, weil ich gemäht habe. Oh Gott, nee. Das wird, äh... Oh, mein Hasslevel. Auf der anderen Map, da gibt's ein Monster, das du angreifen könntest, stattdessen. Rausch. Out. Kann man denn vom ersten getroffen werden? Ja, das ist... Hab ich vorhin auch geschafft. Ah, nein. Oh Gott. Hey, guck mal, die Punkte machen überhaupt keinen Sinn. Ich hab null Punkte, ich wurde aber noch nicht einmal getroffen. Ja doch, du bist halt dämlich. Ach, man kann auch Doublejumpen. Was? Ja, au. Ey, hä? Oh nein. Ich hasse die Dinge. Ach, komm schon. Au. Warum hab ich das nicht vorher rausgegeben, dass es Doublejump gibt? Hä? Was? Und der kommt ja auf einmal. Hehe. Da feiert sich der Tünchen. Alter, der ist... Was hab ich jetzt gekriegt? Du hast eine Rakete. So, aber einen Pokal hätte ich schon gern eigentlich. Hm. Wo ist denn das denn? Nee, du, wenn du jetzt damit anfängst, du... Naja, okay. Es sind sowieso nur zwei Runden. Äh, fahr auch noch eine Runde Rakete. Fahren wir noch eine Runde? Ui. 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 Zwei. Oh, eine Runde, vier. Eind, zwei, drei. Ach, nein, nee, der ist sehr gut hier. Ich brauch' den Hut. Bloody Cates. Wat frisst denn sowas? Blut. Unser laut. Wer ist das? Das bin ich. Der ist Gravi. Ich wollte eigentlich nur noch mal einen dicken Ball ins Gesicht halten. Ach so. Ähm, warum nicht zwei? Seine dicken... Dicken Balls. Seine dicken Balls, ja. Dicken Dragon Balls. Wenn du dran reibst und was für ein ganzes Wünschen. Ja, Gott, da kommt ein langer Drachen, das kannst du aber wissen tun. Der erfüllt dir alle Wünsche. Und Kaktüsse. Und Weihnachtsmusik übel entspannt, wenn das Spiel nicht so stressig wäre. Oh, danke. Du, kein Problem. Hä, der hat dir Schlüssel durch deinen Kaktus geklaut. Ja. Ja, war mit deinen Antworten dazu. So eine Kaktusse. Äh, 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 äh. So, wer ist denn da in der Nähe? Äh, längst um. Oh, ja, hier, der, 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 der. Der da, ja. Komm ich so weit? Gary, willst du das Spiel wirklich spielen, du? Ja, ich will das Spiel wirklich spielen. Ja, das Spiel will das Spiel. So, dann mach ich mal hier Use, ne? So. Ist du dumm? Use 150 Octane Fuel Only. Was? Ist mir ne. Dann heißt so viel wie Absolut Hofer. Was? Wie geil ist das denn? Was? Lol. Ja, los, oder wat? Alter. Echt geil, Mann. Hä? Ah, okay. Was soll es das denn? Oh, schon wieder ein Rennspiel, weißt du? Ich komm mit so einer Kacke nicht klar. Hallo. Ach, Gary, verpiss dich mal. Du billige bulgarische Kampfnude. Was? Kampfnude? Wow, wow, wow. Alter, was? Eieiei. Alter, das ist aber auch hier. Alter. Das ist echt ein stressiges Spiel. Ja, Mann. Eieiei. Nein, hallo. Nein. Fuck off, du. Fuck off, du. Mein Fahrer, wie sieht's bei dir aus? Boah, mir wird gerade schlecht. So schlimm. Oh, ja. Oh, Janni, hey. Kotze ich ins Auto? Ich kotze gleich in meiner Tastatur. Sehr viel Kotze für so ein kleines Auto. In einem kleinen Auto sitzt sogar die kleine Kotze. Oder Kampf ist einfach nur ein kleiner Mann. Na, der ist auf jeden Fall ein kleiner Mund. Hey, wo bin ich denn eigentlich? Bin ich hier richtig? Ja, wahr. Man verliert sehr schön den Überblick. Meine Güte. Ist das normal, dass mein Auto so raucht? Ja. Ja, das ist aber nicht gut. Der ist ein Nikotin drin. Oh, wenn ich so wenigstens bin. Ah, meine Güte. Hey, ich fahre jetzt. Wie viel Grund muss man denn fahren? Zwei? Ich weiß nicht. Ich weiß da auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ach nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, denn... Äh, was haben wir denn so? Da, Marien. Äh... Ja, nimmst du ein Portal? Nimmst du ein Portal? Nimmst du ein Portal? Ich kann den zweiten Charaktus nehmen, aber das bringt ja nichts zu. Man könnte aber das Portal nehmen und Gary jampen. Aber wer ist denn da überhaupt? Das ist Gary, ne? Nee, okay. Das bin ich, du Vogel. Das bist du? Ja, Gary ist links bei der Kiste. Stimmt ja. Du dummberst, du. Sag mal, du. Versuche ich dir hier zu helfen? Und da schießt du auf mich. Muss ich nur noch zielen. Ja, schießt er. Ah, hat funktioniert. Ja. Hab ich getroffen? Ich hab nichts gesehen. Hat funktioniert. Hab ich getroffen. Ja, ich glaub, da hast du grad dein Gewinn verspielt, du. Welcher Gewinn? Das kann man zu gewinnen. Ja, das ist ein Spielgewinns. Ja, komm mal her. Ich hab Handschuhe. Werden wir, der müsste. Ja. Ich hab meinen Handschuh in den Arsch, du. Das kannst du aber wissen. Und dann aktiviere ich aber auch die Feder. Da aktiviere ich meine Eifachkräfte, du. Schönes Acti-Mail, oder was? Du, erst mal ein Aktivier. Der Aktivier nicht, das war dieser geile Joghurt, wo immer die, die, äh, die, diese Frauen an der Steine haben gesagt, ich hab so ein Verdaugungsproblem, ich hab mich jetzt mal geschießen. Aber jetzt hab ich Aktivier gegessen, seitdem kommt's. Oder war ich raus, du? Ah, was war das denn? Ein, 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 ein Jahrkult? Was? Das, nee, das ist dieses, wo die mal sitzen und meditieren und sagen. Ja, Kult. Ah, okay. Die Kraft aus dem Inneren. Nee, das ist was. Die Kraft aus dem Inneren. Das ist fast dasselbe. Das ist fast dasselbe. Gleiches Universum. Ey, was soll das denn? Geschehen, juhu. Sag mal, was soll denn das, Gary? Gary, Gary, du, Fuchel, du, raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher jetzt. Ich glaube, das war ein Fehler, du kannst nicht mehr würfeln, du. Ich glaube, das bringt nichts mehr, du. Ja, aber nächste Runde kann ich würfeln. Ja, das stimmt. Das heißt, er darf nicht gewinnen. Er darf jetzt nicht gewinnen. Ja, er darf nicht gewinnen, du. Oh, das gewinnt er nicht. Oh, nein. Ach, du heilige Scheiße. Zack, jump, 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 jump. Zack, jump, 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 jump. Ducktape, wuhu. Okay. Gary, jetzt kannst du es mit der Musik bringen. Dä-dä-dä-dä-dä. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä. Das andere geht ja nicht los. Alle wieder ruhig sein? Ja, wenn man sagt, er fliegt. Boah. Alter! Nein! 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 Fuck! Alter! Nein! 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 Nein, nein! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Ja, wir sind hier gewonnen. Einmal raus und dann ist raus. Einmal raus und dann, oh du hast ne Aubergini, du. Ich habe ne Aubergini, du. Insoweit von den Arschpumpen, du. Das Blöde ist Beste als Portal, tausch mal mit Kampfi Ja, aber das geht ja nicht Doch, tausch mit Kampfi, sonst gewinnt der Der würfelt doch gleich Sonst steht es 2-2-2 Muss ich ja wohl, ne, muss ich Aber er gewinnt sowieso wegen Schlüssel Ich hab die meisten Schlüssel Das interessiert, nee, ich hab einen mehr Aber das interessiert keinen, weil ich keine Pokale habe Aber ich, ganz ehrlich, ich spiel ein anderes Spiel Ja, das glaub ich auch Ach ja, der Jani Wer will noch mit mir tauschen Du nochmal vielleicht, du hast auch noch einen Ja, komm Tausch mal jemand durch Einfach, ich will nochmal die Kiste von nahem sehen Ja Wollen wir ihm mal die Kiste gönnen Fast hätte ich es geschafft Die Runde ist vorbei, ich komm nicht mehr dran Ist 25 Ja, aber vielleicht darfst du noch mal würfeln Nee, leider nicht Das wäre eine Schande, wenn jetzt wieder mit Disko decken würde Ja Hm Gerät sie den Stecker Oh, ich fahr durch den Kugel Mit der Couch Was? Ich fresse doch nicht Ein, zwei Mit drei Ich esse leckeres Müschen Und jetzt nochmal Gaby Äh, Gary Hast du nicht, hast du einen Wrecking Ball? Get wrecked Ja, kill nochmal Gravy Was soll das denn? Ja, da Und rein in die, nee, da bin ich Achso Ja, von mir aus mal da Ja, mach ihn mal da Ich habe noch 30 Leben, aber du kannst auch Gravy töten Was soll das denn jetzt? Jetzt weg damit Weg mit der Olga Bam, Junge Nein, ich habe eine Flatsche Hui Gary wird immer noch meine Übertragung gesehen Gary, ich sage gar nicht, so schmerz ist das nicht Mann, warum denn nicht? Ungefähr das gleiche wie bei dir, würde ich mal behaupten Ach, scheiße Aber ich würde das gerne aus deiner Sicht sehen Ich sehe das gleiche wie du Welche Karten hast du? Ja, genau Ich habe hier, ich lege erstmal eine plus vier Plus vier nehmen, ne? Wir unterhalten uns doch nur laut, das macht man in der Disco doch auch Heil Kampfi Was? Nee Wer ist der für, wir disqualifizieren ihn einfach, weil er ein Pisser ist? Jo, da bin ich da aus, da bin ich für Oh, ich bin im Käfig, das gefällt mir Warum wer ist denn da im Käfig? Na, ich Leute, Leute Leute Aua Aua Jumoi Mia, Mia ist König Hey In your face, bitch Ich bin König Aua Füßte die Slut Komm her Ja, Mann Au Platz Äh, Richter Trigger Was recht? Nein, was? Oh, Alter Hab ich dich hier rausgepotscht, du Komm Äh, komm her Spiel mit dem jungen Käfig auch Au Wann Schau voll ins Feuer, ja, Leute Au Verdeb'n Ich bin König Stop Ja, komm her Ja, noch einer Hey Komm her Nein Ich bin König Irgendwer liegt auf meinem Käfig drauf Ja Guck, ich hol dich da runter, du Das, kein Problem Au Ich bin König, aber nicht Au Doppelk Ihr sollt mir gehorchen Zum, dann sag ich mal Du bist gerade ermordet, König Achso, ach ja, stimmt Danke fürs Zuschauen Ja Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank Morgen, ciao